So Leute, Willkommen zurück zu Pokémon Ruin. Es geht doch weiter, weil wir haben alles durch. Nicht alles durch, das muss noch irgendwas paar noch fehlen. Wie zum Beispiel noch die Kampf-Setson. Das ist genau jetzt. Wer ist das? Das ist der Tipto. Der Tipto. Der Vater. Ich bin der. Wenn du mich hier schon ausinnerst, wieso ich nicht hier in Weiburg. Ich kriege ein Brot-Ticket für mich. Eigentlich ein Brot-Ticket, weil ich hänge jetzt auf den City und City. Oh, und der Trainer. Doppeltuch. Oh, muss nicht einmal City Arena in die Hauskön. Hä, wo geht der weg? Ach, dieser Tipto, das ist der Vater von meinen. Also, das kann sein, dass ich meinen Vater zu tun habe. Und wir haben jetzt einfach mit X gemacht. Und jetzt... Auf den Boot. Und Mut geht's ab. Ba, 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 ba. Und dann holen wir jetzt den... Auf den Doppelturm. Ja. Los geht's. Ja, wir sind da. Die... Kampfzentrum ist die. Da, 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 da. Da, 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 da. Auf hier ist es nur ein bisschen der kleine nur. Nur der Kampfzentrum nur. Und kein anderer. Also, gehen wir rein. Geh, 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 geh. Sind 100 Level. Ja, also... Eigentlich haben wir jetzt die Wahl. Können wir Level 15 oder Level 100? Weil wir... Erstmal... Nicht so stark sind. Wir können nicht den Level 100. Wir müssen 15 leider. Für einen... Guten. Also, wir können nur die drei. Wir können nur die drei. Das ist gut. Yes. Speichern wir. Auf den... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gut, gewinnig. Oh, 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 oh. Ich wifi3 finde. Okay, da sind wir hier. Hey, was machst du? Bereit. Let's go. Ein ¿verflug-Pokémon? Das ist extrem nice. Ah, oder ein Bodent共-Pokémon? Wie auch immer. Das ist gut. Erdbebe! Nein! Nein! Alter, das darf nicht wahr sein. Wenn man das alles hingekriegt, dann kann man zu den Champion des Kampfzentrens eigentlich Zbam Vortreffer. Wer kommt? Oh nein! Das habe ich ja gewusst. Ey! Ne! Sagen wir nicht das! Ey! Das darf nicht wahr sein! Lüg mich nicht! Warum ist das jetzt? Scheiße! Hm! Ach, verdammte Scheiße! Warum? Warum? Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, aber na gut. Also, in der richtigen Ding, das aber... Also, ich habe sie tatsächlich keinen Mann mit Spukball besitzen und das, äh, stimmt ja, ist ein... Und warum macht er das? Ach, stimmt, er ist immer der gleiche Typ, den wir immer kennen und das... Was? Aha, was mich irgendwie komisch finde, in der komischen Zeit. Deine Mom! Deine Mom! Deine Ma! Oh! Nein! Hat dich einer geklaut? Ja! Welches? Ein Königster? Stein? Erhalten? Okay, das ist gut. Na, stimmt ja, immer... Gibt's hier immer nicht ein... Item, das ist... Scheiße! Woher kann es das? Habt mir doch gewusst, dass... Jeder das kann, das ist so... Bullshit! Bullshit und verdammt scheiße! Komm, stirb! Stirb, du bleib! Kleiner Scheiß! Yes! Oh nein! Geh weg! Geh weg! Nein! Scheiße! Nein! Das darf nicht wahr sein! Ey, lüg mich nicht! Ey, das ist nicht wahr! Das hab ich doch gewusst! Das... Wir nur die... Ey, das ist jetzt nicht wahr! Ey, das ist nicht wahr! Gar nicht wahr! Ihr seid doch ähnlich fair! Bereit! Oh nein! Jetzt geht's schon wieder los! Geh weg! Nein! 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 Nein, du Hunde! Nein! Du bist da! Nein, nein, du! Und du komm her, du Bastard! Arschloch! Warte, ich hab... Geh weg! So, jetzt tut er ich alle! Oh, Adam, das hab ich! Yes! Wir gewinnen! Und jetzt! Und nein! Und nein! Komm! Bam! Wir haben es geschafft! Jetzt! Ja, wir werden dann geheilt und jetzt kommen wir jetzt zur zweiten Runde! Also jetzt dauert es mir zu länger! Und ein! Jetzt geht schon wieder los! Wizard! Nein! Nein! Bitte! Nein! Yes! Yes! Nein! Das ist nicht wahr! Kannst du mich lecken? Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck! 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 Nein! Das hab ich so gewusst! Das... Und dann mach ich so was! Jetzt hör auf! Wird dein Quatsch! Hör auf! Nein! Das ist nicht wahr! Nein! Oh nein! Oh nein! Das Ding war... Ja! 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 Gott sei Dank! Nein! Das hab ich gewusst! Das ist nicht wahr! Ihr seid doch nicht fair! Blöde Arschlöcher! Und WTF! Warum? Okay! Hier, Baby! Und jetzt in der dritten Runde! Gut! An... Wasser? Okay! Oh nein! Ist nicht wahr! Das... Was? Nebel! Nein! Es ist ein Wasser und ein Flug. Oh Mann! Das ist nicht gut! Gar nicht gut! Scheiße! Warum? Nicht! Ach! Langweil mich nicht! Ach! Halt die Fresse! Bitte! Ich brauche jetzt... Halt die Fresse! Nein! 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 Komm bitte! Nein! Nein! Das hab ich ja... Sag mal, kann ich jubeln durch? Oder... Schon wieder... Bim! Zack und down bist du! Yes! Baby! Nächstes! Vierte Runde! Yes! Ähm... Was mich... Oh! Jetzt muss ich hier mit dem Blitz einsetzen, sonst wird es nichts bringen! Alter! Nein! Yes! Nein! Ja, ich... Eis gefroren! Oh, diese... Danke! Danke! Oder auch das! Yes! Eis gefroren! Mh... 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 Komm! Nein! 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 Komm! Nein! Scheiße! Ich weiß nicht, dass du recht, dass ich... Das interessiert... Ah, was ist das denn wieder? Was zum Teufel? Als Bob... Didi... Nicht so... So ein Scheiß... Scheißdreck! Verdammtes Scheißdreck! Verpiss dich! Nein! Das habt ihr nicht gemacht! Das habt ihr nicht! Oh nein, es... Oh nein, es... Oh nein, das Ding war hoch! Ja, ja, ja! Nein, es könnt ihr nicht wagen! Oh nein, Scheiße! Äh, was ist das denn? Bitte! Bitte! Nein! Ey, nee, nee! Oh, jetzt gehst du wieder los! Was ist das denn? Überhaupt! Ich versuche die ganze Zeit, alles hinzukriegen, aber das ist so Unfug! Unfug! Richtig Unfug! Das ist so Scheiße! Zum Scheißen! Richtig Scheiße! Leck mich nicht! Nochmal wieder! Das ist echt Scheiße, wenn man sich erstmal für Abdeckung überlegt! Fällen das eigentlich... Ach, es muss ein Virus... Be-be-be- Nein! Dieser Ver... Oh! Du Arschloch! Scheiße! Ey! Ich hab doch gesagt... Hab ich das nicht... Im ersten Fall... Die... Nein! Sag mal gar nicht! Nein! Das habt ihr nicht gemacht! Das habt ihr nicht! Das ist so... So dumm! Nein! Ich... Zu machen! Nein! Das darf nicht wahr sein! Es dauert mir einfach zu lange, wenn... Einfach zu kämpfen... Könnt... Mir ist jetzt egal! Spreuchern! Ach, mir ist jetzt wurscht! Mann, dann will mich nicht! Oh, das... Oh, das hat... Jetzt kommt, komm! Wieso? Hä? Äh? Schon wieder? Ja, nee, ist klar! Flammenwurf! Wuff! Oh nein! Ist der schon wieder da? Dieser Typ? Oh! Was? Ist der wieder da? Nein! What? K.O.? What? Mit F? Okay! Was zum Teufel? Komisch! Aber lol! Aber jetzt! Nein! Was? Nein! Das ist aber... Dort! Bam! Alter! Boah! Wie macht er das? Dieser Arschloch! Dieser Bullshit! Boah! Wie der Stark ist mit dem Surfer! Und das ist so scheiße! Und das ist gay! Wieso sind die alle stark? Ich hab doch... Alles nichts getan! Ihr sind alle gut? Das ist hasse ich! Diese Köpfezentrum! Ich hasse ich voll! Ich hasse die voll! Was ist das denn? Boah! Bullshit! Alles könnte ich nicht sagen! Nein! Nein! Ich hab's gewusst! Das ist wenn du was übergekommen! Oh nein! Jetzt geht's! Nein! Nein! Ich hab doch gerollt! Ich hab nochmal gerollt! Sag mal, wo die ist! Nein! Nein! Geh doch! Weg! Weg! Weg mit dir! Nein! Verbrannt! Scheiße! Was? Er verbrannt? Lol! Was? Zum Teufel? Was soll das jetzt? Nein, Leute! Nein! Täusch mich nie an! Nein! Oh! Das stimmt ja! Der würde mich killen! Dann hat er es und dann dauern! Ja! Das ist scheiße! So ein blödes Dreckloch! Dreckloch! Drecksquail! Nehmen wir mal ganz im Ernst aus! Wenn ich jetzt schon wieder verkackert, dann werde ich wirklich schwul! Die sind alle einfach! Ja gut! Also gegen die... Also ich bin... Ist mein für... Nix dafür! Nix dafür ist... Ja klar! Ist... Ja nix klar! Flammenwurf! Okay! Das war jetzt einfach... Ohne zwei! Wieder... Sie! Oh! Die ganze Zeit! Nimm die an! Weißt du nicht! Ähm... Das war immer so! Da waren immer so viele immer die Dinger! Und das war... Oh nein! Jetzt kommt der Karpador! Boah! Was ist das denn? Was ich lieber nachher kann, weil er so... Das kann... Aber es hat sie... Dort! Bam! Ey nicht schon wieder! Du bist so ein Schwein! Dreck! Drecksquail! Drecks... Da keine Übung! Komm her! Das ist ja alles L3! Und dann... Kommt der schon wieder? Nein! Ja schon wieder das... Das ist nicht gut! Oh! Mit einem Starkkill! Yes man! Oh nein! Habt ihr jetzt wirklich nicht gemacht, dass ich jetzt... Du wirklich jetzt killen kann? Nein! Nein! Geh weg! Geh... Ach! Du bist... Nicht so... Ja, okay! Das stimmt ja! Er ist so dumm! Er ist so ein Vollidiot! Dieser Arsch! Und der macht Surfer dieses... Kleine... Piss! So! Okay! So! Und dann... Fertig! Level 4 ist... Bist du reine... Nicht die... Oh nein! Das hab ich jetzt nicht gemacht! Ey nein! Oh nein! Das ist nicht wahr! Jetzt geht's schon wieder! Hier nein! Jetzt geht's schon wieder! Nein! Habt ihr jetzt... Auf der letzten... In 40! Yes! Jetzt alles wieder geklaut! Und... Nene! Du... Oh! Was? Was zum Teufel? Okay! Deal! Kill! Level 5! Was ist das denn? Ahaha! Was ist das? Was ist das denn? Für Müll! Was ist das? Keine Lose untereinander kam! Aber es dauert nicht! Taut! Bam! Äh! 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 Ja... Ja ne! Ist klar! Flammenwurf! Wuff! Ey! Ne! Hör auf! Hör auf! Warte! Quatsch! Nicht! Nicht! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Bitte nicht! Oh! Da hat mich getroffen! Erschlauch! Yeah! Oh! Nochmal den! Den können wir vergessen! Den können wir vergessen! Und zack! Oh! Das ist... Das ist was blödes! Blödes! Angewohnheit! Was mich... Oh nein! Das habt ihr jetzt nicht gemacht! Oh man! Nein! Gigasauger! Was willst du ey? Du bist so... So ne Fensäge! Was? Äh! Bam! So eine Treffer will ich hören! Yes! Nefensäge! Da drüff! Boop! 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 Nein! Das scheiße! Der ist verdammte... Wo shit! Also da... Sag ich nichts dazu! Also das... Das ist nicht fair! Das ist so... So verdammte unfair! Und das verdammte Huhn und so! Und hab ich... Oh nein! Jetzt geht's zurück! Wo ist mir denn... Blöden Drecks... Das ist immer noch... Geht! 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 Ja! Was? What? Das ist nicht... Nein! 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 Das hat ihr jetzt nicht gemacht! Das ist so gay! Gay so! Also ist mir... Jetzt einfach nur wurscht! Es ist mir... Das ist richtig am Arsch! Leck! Die Rassen komplett aus! Die sind so Schweine! Die ganzen Scheiße hier! Das ist doch... Ey, nicht wahr! Ist doch... Ich hab's ja gesagt! Was ist mich... Was mich täuschen lässt... Ich werde da gleich jetzt nichts mehr... Noch einmal dann... Ja, aber ich gleich hier einen... Foodpower! Gleich! Gleich hier! Geh weg! Und warum Schaufler? Wieso machen die das? Und das ist nicht fair! Das ist so gay! Das ist so verdammt gay! Arbeite ich? Nein! Oh nein! Das habt ihr jetzt nicht... Eben mit weitergetauscht! Oh nein! Das könnt ihr nicht machen! Ihr seid doch... Nicht normal! Ihr Spaß! 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 Ich hab doch geschüttelt! Spaß! Verlant! Kommt! Ne, hopp! Jo, jo! Das ist meine Runde! Ihr Wichser! Ach, die sind ein bisschen dumm! Aber der nicht! Hehe! Ist doch... Klasse! Was? Oh Gott! Und da bist du! Höre ein! Bisschen! Achtung! Schon wieder! Oh man! Landwenn mich nicht! Ah, halt die! Weißt du? Oh Gott! Oh Mann! Ach stimmt ja! Was? Stimmt ja! Das ist nicht gut! Gar nicht gut! Dieses Scheiße ist ein... Nein! So ein verdammter... Gott! Yeah! Was macht der Blödsinn! Er macht irgendwie Blödsinn! In den Kopf! Er macht Blödsinn in den Kopf! Was ist das denn? Spast! 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 Level 4 Nummer 4! Ist ja klar! Okay, das ist einfach! Deh! Äh! Wieso kann... What the fuck! What the... Ey, geh jetzt! Nö! Warum? Ich will gucken, weil da war jetzt ein Beinbilder jetzt! Hey! Achso! Ey, geh jetzt! Was sagst du denn? Ich zocke! Ja, schriebe übrigens! Kampfzentrum! Hey, wo bist du grad? Besagt! Nein! You are a ass! Lässt mich, ey! Achso, das Ding! Ja, das Ding! Also, der Kampfzentrum! Level... Nummer 5! Wieso Dreck? Na, ja... Vielleicht war die nicht so gut gepflückt auf den... Scheiße! Ähm, Eisenschweigmann! Hör auf Blödsinn! Ist auch die... Da musst du Erdbeben! Pff! Wie ist das? Level 6! Hast du geschafft! Ähm... Erdbeben, ganz klar! Wow! Nein, nein, nein! Äh, nein! Eisenschweig! Ja, schriebe! Pff! Ich denke mal, die sind sicher am Schriebe! Eisenschweig! Oder Blizzard! Oder Blizzard! Ich weiß es auch nicht! Nein! Oh! Oh! écure auch immer mit Blödsinn! Und blödsinn! Oh! Oh! Bim! Um mà Siebel! Stahlflügel! Stahlflügel? Stahl, ja! Oh nein! Oh, der ganze Wave! Keiner auch eine Elektro-Tocke? Nein! Kapilz! Der ist früh geschlagen, voller Power! Volles Ohr! Nicht das! Ey, wenn er... Okay, drückgab. Was? Und sein Eisen. Muss das, glaube ich, nochmal machen, dann kommt der Typ. Oh! Ja, stimmt, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das auch so genauso ist. Aber du zogst ja Pokémon Rubin, da gibt's keine Kampf... äh, diese Bosse. Das heißt, du bist fertig. Ähm, da fehlt noch eine Sache was. Ja, aber es gibt keine Kampfkolosse. Oder wie nennt man die? Kampfkoryphäen. Warte... Stimmt. Warte kurz, ähm... War nicht... Herr Quasa hier? Ah, jetzt gehst du zu Rayquaza. Ja, Rayquaza. Jetzt irgendwo geht's nach oben. Habe ich auch... Schon gedacht. Ah, krass mit dir. Jo. 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 Ich hab' gar nichts getan. Jaha. Oh shit. Kill ihn. Oh mein Gott. Und voll Power und jetzt ist es hart. Scheiße. Ich schwöre, das ist so eine... Beschissene Stelle. Oder was? Ey, das darf nicht. Mann, das regt einer auf. Weil mich das... Oh nein, jetzt gibt's... Nein! Ey, leck mich! Das ist so gay. Nein, oh Mann. Wieso hab ich das nicht? Tobias gemacht, das wär dumm gewesen. Warte kurz. Jetzt! Yes! Fahrrad! Komm bitte! Kein Scheiß! Jetzt kommt die nächste. Die ist auch noch kacke. Jetzt kommt die nächste. Safe state! Safe state! Bestimmt safe state. Die ist kacke. Nein. Nein. Ach das. Nein, 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 nein. Ich, ich, komm mal. Jetzt nach unten. Dann weißt du hierhin aus. Oh, genau. Warte, jetzt. Jetzt weiß ich nicht mehr. Hä? Ach du brauchst nochmal Anlauf. Oh. Hä? Na, da muss man richtig gut sein. Nein. Das ist wirklich eine ziemlich harte Stelle. Ja, das macht jetzt eigentlich alles, ey, yes. Okay, safe it. Safe it, baby. Okay. Äh. Nein! 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 Warte kurz. Was? Was musst du das? Du bist irgendwie in die Mitte. Ja, genau. Du hast es erfasst. Ja. Yes! Yes! Yes, man. Wir sind gleich da. Warte kurz. Oh, oh. Was für ein Level. Pff. Pff. Dead Level. Leck mich. Oh nein. Nein, werde ich nicht mal weitermachen. Also da kann... Nein, bloß nicht... Oh, du kannst du vergessen. Yes. Jetzt. Tum, tum, tum. Wenn es mich... Der sieht... Töne Welle. Fick dich. Ah, der muss das alles nochmal machen. Töne. Töne. Ey, das ist nicht wahr. Töne. 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 Weißt du was? Das ist... So scheißig-alberlich. Töne. 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 Was? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das, dass du noch mal was? Nein. Nein. Das ist ein Schuhspeicher. Blablabla. Blablabla. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Wisst ihr was? Das wird mir jetzt ganz zu scheißen. Volles Ohr. Ach, wenn mich das jetzt so nervig ankotzt. Kotzt mich das Let's Play so an. Wer das jetzt? Wirklich jetzt eine Pause drehen. Ja, okay. Es beginnt schon. Ich hab 99. Übertreppe. Schon mal von das gehört. Ja, es sieht so aus, als würde es Level 17 passen. Und darum sag ich nichts mehr. Ich bin einfach nur so. Fick dich doch. Es passt perfekt, aber leider passiert das hier. Ne? Aber, kann weh. was ist das denn? Na, klasse. Na, ist so weh. Ehrlich. Das ist so shit auf diesen. So ein Shit. Shit. Ah, ist entschuldig. Eins. Eins. Das sieht jetzt ganz gut aus. Also, gut. Auch noch gut. Entspannung. 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 Einmal. Ja. Wörn. Wörn. Yes. Yes. Das war nicht gut. Das wäre die schlechte Wahl zwischen dem Punkt. Ach, mach mich hier. Sicher darf man. Leck mich. Leck mich. Das ist mir egal. Egal! Und dann... Oh, das Ohr! Und dann... Nein! Eingestampfen ist der! Okay! Spiel nervt mich jetzt nicht! Okay! Was soll ich? Jetzt... Komm bitte! Nein! Nein! Yes! Geschafft! Ich hab ihn gefangen! Siehst du? Aber zum Glück, wir sind ja eigentlich am Märchen hin. Also, das ist... Es ist mir jetzt... Es wird mir einfach zu langweilig. Fliegen wir weg! Oder wir müssen weggehen! Und... Ach... Nee, das ist... Äh... Leckarsch! Leckarschloch! Diese... Dieses Spiel macht mich zu verrückt! Danke! Danke! Also, da sag ich nichts dazu! Ich sag nichts... Ach, ich sag nichts dazu! Also... Da sagt ihr das Spiel... Ich bin der einzige... Okay, danke! Danke für den Weg! Oh, ich danke, dass du... Ich... Wieso? Hallo? Hä? Du bist so ein Nervenspiel! Okay, danke! Okay, danke! Und dann geh ich raus! Und dann... Verabschiede ich gleich das... So... Werde ich jetzt gleich verabschiedet, wenn... Das... Projekt... Richtig einige... Chance hat! Also... Mal ganz ehrlich! Und der... Und etwas mit... Gleich so... Oder sowieso... Oh... 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 Mir ist jetzt... Mir ein bisschen wurscht! Wurscht sie? Okay! Ähm... Warte kurz! Ich werde jetzt... Auf der Suche noch mal... Einige Tage noch... Noch wollen... Noch vor den... Part erst mal! Wenn sie... Wenn's nicht passiert! Ich hab noch einige... Was noch zu... Fehlen... Noch vergessen! Was... Mir noch fehlt... Ist die... Sandwurbel... Wüste! Habe ich alles vergessen! Weil ich... So dumm bin! Und hab's alles vergessen! Wirklich! Und das meinte ich in Ernst! Zäh... Bäm! Und Erdbeben! Und zack! Und die... Ja... Hab das hier alles... Ich gemacht! Das muss... Das alles machen! Einfach nur... Volles Ohr! Machen! Und... Eggers! Trau' zu! Dass... Dass Eggers... Mal... Auch mal... Let's Play'd! Oder nicht! Bitte Eggers! Einfach ihn abonnieren! Puh! Klasse! Danke! Da! 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 Und da! Nein! Ich hab... Ich hab verdammt... Und Eggers ist weg! So! Was soll ich denn jetzt sagen? Aus dem Spiel? das Spiel macht mich sehr Spaß und das machen wir alle außer gut schmeckt gesteckt gut nicht nicht schon wieder nicht schon wieder bitte nicht nicht wieder ok wow ne Münze scheiß wir sind schon bei 3 3 was ist denn was ist denn neu ok was was ist denn mit dir Karate-Typ zock und das ist schon einige paar kurzer was liegen da denn ok es ist nicht mehr hier ja ja das weiß ich ok alles haben wir jetzt geschafft was ein Pokéball ok weck mich weck mich am Arsch so so das war's mit unsere Pokémon Rubin ich hoffe euch dies ist jetzt mal dieses Projekt hat richtig Spaß gemacht das findet ihr auch ich erstmal gucke erstmal ob ich ein Fahrrad kriege verdammt jetzt kriege ich den Kunstraum jetzt habe ich jetzt habe ich alle Fahrrad das finde ich irgendwie komisch dass wir jetzt alle Fahrrad haben aber trotzdem haben wir es erstmal für ganzes Tag für uns alles verbracht und was mit unser Angel hier dieses Angeldinger die haben wir vergessen wir testen mal unser Angelding aus was weißt du ich jetzt teste jetzt mal meine Angel aus wie wie der gut ist gut keine nein nein ich teste mal meine Angel aus ich gehe mal zu Angel und ein Pokémon kommt raus was kommt ja nicht klar kann man das ja wurscht ich hole mir einen neuen Angel also mir ist es mir wurscht ok jetzt kann er mehr ach warum sagt er mir nix das war spaß ja und wir gehen hier mal rein zu den Andach ich wir haben keinen Münzen nicht Münzen was zum Teufel ich habe doch einen Münzen bitte nicht oh man ich krieg keinen Münzen das heißt ein Spiel nicht was zum Teufel ein Spiel ach du bist nicht fair Spiel wieso hat mich kein ach mit der Angel war doch nicht so prima testen wir nochmal die Angel aus so keine nochmal aber wenn das zack hat das war zu zu dumm nächstes ich habe gar nichts gedrückt bestimmte ist nix sohle ich Das war's für unsere Let's Plays. Ich hoffe euch dieses... Mir hat's richtig Spaß gemacht hier. Ihr auch. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in einem neuen Projekt. Bis dann. Und ciao.